Na, wie viele sind's hier noch? Ja, ein Haufen. Okay, hab. Noch einer? Okay, hab. Hast. Hab. Hab, hast. Hab, hast. Hab was verpasst. Was denn? Meine Hochzeit. Mit wem? Mit meiner Frau. Oh. Nein. Das war so typisch. Nur einer? Das war so einer. Ja. Ja. Nice. Nee, och. Ach, du je. Ach, du je. Komm halt runter. Renn. Kämpf nicht unfair. Ja, wie gescheiß. Ja. So, komm weiter. La, la, la. Das war's. Hier, Suppel. Ey, hört der Tempel denn auf? Ja, wir gehen noch gerade raus. Ja, aber ich dachte, der Weg war kürzer. Das kommt mir immer so, 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 so kürzer vor am Hinweg. Hab's du da denkst? Ja, b's. Entschuldige. Tut mir leid. Hoch. Hui. zum glück geht auf dich mit zwei hp kommt man glaube ich das wollte gerne das kommt ganz drauf an deine skills skills mit pferde von denen hast du ja bekanntlich nicht so viele ich mag doch mal dran erinnern wer letzte runde mehr punkte hat er ich möchte auch noch mal dran erinnern woran das lag ja an was denn wer auf einmal im neuen level eine millionen punkte mehr hatte wer nicht ja am ende hatte trotzdem irgendwie so an die 20 millionen mehr als du ja also ganz ohne über die motivation weg ist ja ja das war so na dann sind hier in der mitte wieder so klar ist ich hoffe es nicht aber hier sind doch auch noch mal so teleport dinge hier so aha das ist ja gut ist man drauf den anderen ja wir haben doch mach mal wir haben das eigentlich weil das wurde fünfmal angezeigt habe ich gedacht werden mehr gut dann habe ich nichts gesagt da stand fünf mal bei mir gold jaguar wieso denn fünfmal weiß ich nicht das hätte sein können dass wir fünf gekriegt haben sagt ich wir müssen fünf sammeln nein einer noch ja mal kratzen jo hier leben haben wir schon was auch kommt kommt warum ich weiß nicht hätte ich hab ich nicht mehr so alle meine war die ich kann dir krank nicht helfen alter was geht schief tot vom ossi überrand Zähne 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 Weh, ey Boah, Drecks, Leute Jetzt Trampelt immer nur Hoch Hier oben Oben, unten Oben, unten Denzel Ja, es ist nicht so einfach Ich mein den Denzel Von wo? Ach da Ja, also Was? Alter, Hilfe, 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 Hilfe Ich seh nix Die Sonne blendet Boah Mann Himmel Man fällt doch leicht hier runter Ja, übel Einmal ausgerutscht Und schon Zack Ja Ganz Ganz überragend Haben wir's jetzt? Ne Nein Jetzt Also Geht doch Oh, endlich mal ne Holzbrücke Nicht so'n Hängedrahtseil Scheiß Ding Aua, Aua, Aua Aua, Aua, Aua Aua, 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 Aua Geh du vor Jo, hab ich gemacht Schön Super Der Raum verheißt doch nichts Gutes doch Aber der verheißt gar nichts Gutes Oh Was? Das ist ganz schön magnetisch, kann das sein? Äh, irgendwie ja Okay Gerade durch Das war gross Alter Okay Scheiße Äh Wie? Wie soll das gehen? Ich bin fast auf der anderen Seite Jawohl, ja Hä? Das ist bloß eine Sache, wo wir viel zu doof sind Und letztes Mal beschweren wir uns übers Level-Design Ja, 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 ja Ich hab's Gut Hol den Jaguar Einfach Bolzen grad durchlaufen Ach, sogar die Raketen werden abgelenkt Ne Uah, shit Hast du den Jaguar? Ne Ja, das ist selbstverständlich Ja, ich hab gedacht, du löst jetzt alleine durch Die haben wieder die Soundprobleme bei dir? Das kann doch nicht wahr sein Ich lies mal vor währenddessen Teil des Jaguars Stacheln An den Wänden dieses Raumes sind überall Stacheln Ach, was No, shit, Sherlock Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, Sam Was aber Irgendwie Okay ist Ich habe dieses Gefühl die ganze Zeit Aber irgendwas ist in diesem Raum Es fühlt sich an, als würde der Luftzug aus den Löchern in der Wand irgendwie die Richtung wechseln Seltsam Ich habe keine Ahnung, was es ist Aber es scheint nicht so, als würde es unsere Mission erleichtern Versuch direkt auf die gegenüberliegende Tür zuzugehen Zieh nicht zur Seite Guter Tipp Jetzt hast du es immer noch in der Wand oder was? Ah Funktioniert, oder? Ja Also, geht doch Nice Und weiter Das ist immer ein Ding Ne? Ne? Was? Hui Ach, wir sollen dem Leid folgen Okay, das Leid Ich gebe keinen Fuck auf die Gegner Das sind meine Punkte Boah Hallo, Hilfe Tod Me too Nice Huch Na gut Ich glaube wir haben das Ding schon genommen Ja, ich habe es schon genommen Stirb Heieieieiei Na komm Na komm Na geh doch Und Rückzug Wo bist'n du? Hinter dir, vor dir Achso Achso Ja, ich bin doch hier hinten Hat man nur die Supplies holt Entschuldigung Ich bin doch hier hinten Achso, ich bin doch hier hinten Achso, ich bin doch hier hinten Hat man nur die Supplies holt Also doch. Hey, das hilft ja wirklich. Mhm. Nice. Uah, nein! Alter. So nah und auch so... Fern. Mir fehlen die Worte. Nein, nein! Warum denn schon wieder? Ich drehe ihn. Einfach nur geradeaus gucken. Nein, doch. Ich schaue genau auf die Tür. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, na also. Denzel. 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 Da, ich bin zurück, Daryl. D-D-Daryl. Hui! Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, ja. Sag mal, Ruder unten. Ich will mal, ich bin erst mal runtergefallen. Bitte was? Ich bin erst mal komplett vom Tempel runtergefallen. Ah. Harp, hier. Okay. Boah. Das kann ja noch was werden. Mal schauen, ob wir das Spiel wieder in einer Aufnahme durchbringen. Mann. Ja, du sagst du. Schon runtergefallen. Ach, bist du immer nur oben? Nein, ich bin runtergefallen. Achso. Boah. Hochs. Was ist denn das für eine fette Sauer. Na komm. Uah. Hallo, geht der irgendwann mal drauf? Hallo? Ja, ist ja gut, Frau Harp hier. Ich hab's ja mitgekriegt. Meine Punkte. Boah, du bist so ein Sack. Hey, jetzt ist... Hier geht's wieder ab. Was nehmen wir denn da? Den da. Schauf jetzt. Okay, dann triff ich nichts. So. Aufgeräumt. Achso, die da. So. So, was nehmen wir noch mit? Den nächsten Jaguar abliefern. Messer in die Hand zum Laufen. Das weiß jeder. Nice. So, und jetzt? Ja, und jetzt in den mittleren Tempel, oder? Ja. Ne? Ne? Schauen wir uns den auch noch an. Ach, mal lesen. Beide goldenen Jaguare. Toll. Wir haben jetzt beide goldenen Jaguare. Jetzt müssen wir nur noch eins machen. Zurück zum Zeremonienplateau gehen und sehen, was passiert. Und goldene Jaguare platziert. Ich hab's dir doch gesagt. Die Türen haben sich geöffnet und der Kristallschädler wartet uns. Aber spar dir deinen Freudentanz für eine andere Gelegenheit. Mach dich unterwegs auf erbitterten Widerstand gefasst. Ja, ne, komm. War mir jetzt fast nicht klar. Da ist er doch schon. Da, boh. Na, komm her, bitte. Verdammt. Das sind viele. Och Gott, unsere Florentie auch wieder. Oh, ne, Herrgott. Wow, die Trampel zieht ja auch wieder. Hei, Gott, na. Wow, bau, 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 bau. Ey, das ist kein Spaß mehr. Das war wahrscheinlich auch noch nie einer. War das gerade ein Frosch? Ich weiß es nicht. Ich sehe ja nicht. Ich erkenne nichts. Toll. Alter. Tod. So. Ah, jetzt aber musst du fast. Alter. Lesen. Ne, nicht lesen. Doch, es war ein Frosch. Da geht. Bitte. Was denn? Sex. Boah, 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 boah. Jo, ich bin tot. Aber weiter. oko ít. Ich bin tot.